Der selbige Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen für die Tür, da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, in Ars und redete mit der Tür wieder weg und führte Petrus hinein. Da sprach die Macht, die Tür wieder zu Petrus. Er sprach, Ich bin's nicht. Er schwunden aber die Knechte und Diener und hatten einen Käufer gemacht, denn es war ganz und färmete sich. Petrus habe stund bei ihnen und färmete sich. Aber der hohen Priester fragte Jesu um seine Jünger und um seine Jünger. Jesus antwortete mir, Ich habe frei, öffentlich geredet für der Welt. Ich habe alle Zeit geirrt in der Schule und in den Tempel, da alle Juden zusammenkommen und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich so ihnen geredet habe. Siehe dieselben Wissen, was ich gesagt habe. Als ihr aber Sorge jetzt redete, gabte die Werner mit ihm dabei stunden wie Jesu einen Bankenstreich und sprach, Solltest du den Herrn Priester auch so antworten? Jesus antwortete mir, Hab ich übel geredet, So beweise es, dass es böse sei, Hab ich aber recht geredet, Was schlägest du mich?